Es ist natürlich krass, dass ich jetzt wieder hier nach drei Jahren sitzen darf und die Krone verteidigen kann. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum das überhaupt nötig ist, ehrlich gesagt, weil das war eine komplette Dominanz. Aber gut, wenn die das noch mal versuchen wollen, wer bin ich denn? In den letzten drei Jahren habe ich mich mehr oder weniger auf meinem Ruhm ausgeruht. Also mir fällt das ja schon zu alles und den anderen halt nicht und das merkt man schon, dass ich nicht viel machen muss für Erfolg und bei den anderen ist natürlich, ja, wo sind sie jetzt heute? Immer noch da, wo sie sind und ich bin halt hier halt immer noch natürlich im Ghetto, aber nur spielmäßig. Ich habe natürlich einen normalerweise eine Villa. Die habt ihr ja auch alle drei Jahre nicht gesehen, ne? Also ihr denkt immer, ich komme dann immer hin und rede dann mit allen, aber nee, die habe ich wirklich alle drei Jahre nicht gesehen. Leben die überhaupt alle noch? Colin? Ich will jetzt nicht irgendwie auf die Tränen drüber drücken, aber wahrscheinlich ist er schon nicht mehr da. Wer ist denn Trant nochmal? Das ist der Typ mit der Mütze und der hat sehr viel Monsterhandler spielt. Ach der, der macht jetzt mit heute? Wieso macht der denn mit? Wieso habt ihr denn nicht jemanden Vernünftigen gefragt? Ja, ich kenne Trant natürlich auch. Geil, war in Spaß gerade. Ich kenne ihn schon, ich weiß schon, wer das ist. Der kann ja sehr gut Autorennspiele, glaube ich, kann er ganz gut und das war es ja eigentlich auch. Also irgendwie muss das ja was mit Christmus zu tun haben. Also ich weiß nicht, stehen die auf sowas? Also nochmal so abgeschlachtet werden? Das war ja letztes Mal schon so, als Gregor seinen komischen Joker dabei Tetris gesetzt hat. Ich habe ihn schon besiegt in seinem besten Spiel. Das, was er am besten kann. Also wo will der denn hin? Also ich verstehe es nicht. Hat er ein Spiel jetzt mal gewonnen? Nein. Und er ist ja auch jetzt nicht besser geworden. Ja, Dennis war ja das gleiche Ding wie bei Gregor. Sein bestes Spiel war ja Half-Life. Wer hat da gewonnen? Ja, wisst ihr selbst noch, ne? Ich gehe natürlich mit einer gewissen Lockerheit jetzt daran. Aber es wäre auch mal schön, wenn ich einfach mir als Ziel setze, vielleicht alle Spiele zu gewinnen und nicht nur vier. Nicht nur die Hälfte. Vielleicht gewinne ich einfach diesmal alles. Und dann kommt wirklich auch keiner mehr auf den Gedanken, nächste Staffel nochmal mitzumachen. Dann mache ich das einfach alleine. Ja, letztes Mal habe ich schon richtig krass abgeliefert mit meinem Disc-Track so. Hat auch keiner drauf geantwortet, weil unantastbar. Habe ich diesmal wieder geschrieben, ne? Habe ich wieder geile Sachen geschrieben für euch. Ja, kann ich mal vorlesen oder so. Ich rappe wieder oder was? Ja, mach mal. Ja, mach vieler Rap. Da bin ich eh der Beste drin. Da sind wir wieder. Es ist 2020. Und fuck, die Opfer sind noch immer 20. Während ihr seit drei Jahren auf der Stelle tretet, ganz Deutschland brüllend meinen Style anbetet. Wen haben wir denn heute? Wer will auf den Thron? Ein Lauch, ein Grieche und ein Hurensohn? Dann werfen wir doch mal einen Blick auf die Liste. Hört her, wie ich sie mit meinen Worten zerfiste. Alle gegen Gregor, ihr kennt den Sound. Läuft heutzutage in jeder Shisha-Lounge. Noch heute träumt er, es ist fast schon ein Fetisch. Wie ich ihn zerfickt hab, damals bei Tetris. Hey, O'Connor, was geht bei den Pizzaman? World of Tanks, der fetten, billigen VW. Während ich mit meinem Lambo hier Donuts dreh. Ich lass dich ein, zu meinen Huren. Du sagst ab. Legs mit Manga-Figuren. Mit Löffelmesser-Gäbel, was Feines gepickt. Den Job hat er nur, weil er mit Arno fickt. Gunnar, Gunnar, Gunnar. Colin macht nicht mit. Was? Colin macht nicht mit? Warum das denn nicht? Wer denn sonst? Ja, Trant. Carsten? Carsten Graul. Okay, warum das denn? Ja, dann mach ich was anderes. Okay, Carsten Graul. Du bist neu oder wie? Für mich gab er auch nur Weckratschvieh. Du bist Level 800 Monster Hunter. Doch verfolgt dich jetzt der literarische Putter. Respekt, wie ihr wirklich Mumm beweist. Euch nicht direkt wieder in die Hosen scheißt. Mein Gott, locker ihr Affen und fangt an zu raffen, dass ihr wieder verliert. Wieder, wieder verliert. Null Punkte für euch und der König regiert. König regiert. Und der König regiert. Und der König regiert. Und der König regiert. Und der König regiert. Haben wir. Das war's. Alle gegen Gregor. Oh, 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 oh.